Tähnete alle, ich bin Khaled Buzan für die Frage, die Fähigkeit der Alemannschaft. Die Frage 145 ist der Frage, der erste Frage, der erste Frage, auf der anderen Seite und auf der anderen Seite. Wir sehen die Frage, in Deutschland wird die Staatsgewalt geteilt. Für welche Staatsgewalt arbeitet ein Richter, eine Richterin? Für die, a, Judikative, b, Exekutive, c, Presse, d, Legislative. Sؤال طبعاً مكرر هو السؤال الثالث نفسه على الطوال. In Deutschland, في ألمانيا, wird geteilt, فعلاً بآخر جملة, تقسيم die Staatsgewalt, سلطة الدول, إنها gewalt سلطة وشتاة الدول. إذن في ألمانيا, تم تقسيم السلطات الدولة. Für welche, لأي, Staatsgewalt, لأي سلطة, arbeitet, تعمل, أو يعمل, ein Richter, القاضي, ein Richterin, قاضية. إذن لأي سلطة, لصالح, أي سلطة, يعمل القضاة في ألمانيا, القاضية أو القاضية. Für die, لصالح. الاحتمال أول, a, thé, liudikativ, قالنا هي السلطة القضائية. واحتمال الثاني, be, eksekutiv, السلطة التنفيذية. C هي Press اللي هي الصحافة D legislative اللي هي السلطة التشريعية إذن نحن شفنا في السؤالين السابقين أن القضاة في ألمانيا بيعملوا ضمن السلطة القضائية اللي اسمها في الألماني Eludicative وهو جواب السؤال الصحيح اللي هو الاحتمال الأول إذن سؤال سهل ومكرر نفس المفردات حتى في السؤالين السابقين وأن Pressة هنا الصحافة Sie sind sehr gut in der Übersetzung der Übersetzung und die Übersetzung der Übersetzung. Natürlich gibt es die Auslösung im Übersetzung. Sie werden die Auslösung im Übersetzung vermitteln. Ich wünsche Ihnen allen und bis zum nächsten Mal.